Dreckfiecher Wir kommen Ach, nicht du So Ah, wieder was zu essen Gucken wie lange der Gift bei ihm wieder anhält Nicht, dass er da drauf geht Äh, ja Ich hab hier schon was abgeguckt Erstmal speichern Dann schluck Tee Ah, lecker Oh, ein Siebel Okay, 1915 Ach, sehr schön Sehr schön Äh, was will ich wohl sagen Wer wartet Okay Dann werde ich jetzt mal hier gucken Dann muss ich noch das lösen Dann hab ich das Level ja auch schon wieder Wie das aussieht Schon Schon vor allem Jetzt sagen wir House of Fire Oh, gut, dass ich ein Kälteschutz Amulett gefunden habe Alles Feuer ausmachen hier Feuerbombe Höchst Zufall Äh, äh Mages Entrance Entrance Das ist hier Kann ich da einen Stein draufwerfen Oh Juhu Ah Scheinbar nicht Ascho Gut Oh 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 Das ist wieder los Oh, die machen auch so verdammt viel Schaden Oh So Speichern Ein Loch Ich kann mich ja immer noch runterstürzen Ah, noch ein Schalter Das muss ich diesmal nicht suchen Hm, weil hier auch gar nichts drin ist Schön Hä? Hilfe, ja Oh, ja Ist klar Ha 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 Ich habe mich hier nicht so früh gefreut Ah gut, ging ja noch Äh, was habe ich hier jetzt eingesammelt Ha Ha Fireball Ja, ja, ja Ok Kannste erstmal warten Und was noch? Ein Schwert, oder? Da Charges Fireblade Tick Power 14 Lassen wir doch erstmal so Evasion 5 Den 7 Können wir da doch mal wegschmeißen Kommt hier eigentlich rein? Hm Okay The Ancient Chambers Secret, wow New skin Cannot Evasion plus 5 Willpower plus 1 Und Ja, komm ey Können wir auch mal Oh Den Fätschen können wir auch mal loswerden glaube ich Hm Hm So So Äh, nein Toll, ja super Perfekt eingefroren Perfekt eingefroren Ah, das gibt's doch nicht Ah ja, da waren ja die Schießer Schießer Oh Oh shit Hm 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 Oh 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 Ja Jaaa Weg So, jetzt kann ich erstmal rasten Ich hoffe Ich hoffe das andere Viegen mich nicht überrascht Ah Sieht gut aus Wollte erstmal Natürlich ist da noch eins Oh 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 ja, klar Jaaa Wollte Ok, das ist ein ganz normaler Das sieht doch schon mal gut aus Ich höre noch ein Hm, normaler, noch normaler Normales Bild Hm Einer Einer Der geht hinten rum So ein Sack So, alles klar Drei Oh, die anderen Pfeile Verdammt Das ist noch so ein Hoden Hm Hm Ja, die lassen wir erstmal hängen Wege genug Oh Ja, komm rum Wo sind hier mal andere blöden Pfeile hingekommen Wieso ist das hier schon wieder so groß Hm Hm Sandalen, wow Mal gucken, was er kann nichts die Folge ist auch schon wieder und ja